was ist das kacke dann Double Points und Insta Jungs raus Jan warum hast du die in die Richtung gesetzt ja damit falls wir zurückgedrängt werden ja aber wenn wir hier kommen dann kriegst du Schaden das weißt du gell ja aber sonst explodieren sie nein wir kriegen doch keinen Schaden durch Claimers was los kriegst du keinen Schaden? ja ich auch nicht nein nein man kriegt keinen Schaden durch Claimers Jungs ja das hab ich nicht behauptet hat Nico gedacht alles klar blicken links der Limp oh nein egal noch 800 Punkte die Punschen die Achtung, ja 800 Punkte ja verarsche man habt ihr das gesehen ich kann keine Clays kaufen leichtig Geld nein er hat gut gepasst ich gebe auch Claimers kaufen ich muss da mir so komisch hinstellen bitte lasst mir die Ruhe, greift mir die an ey ist das nicht mit Claimers und Insta Double-Points und Insta hab ich Max Ammo gesagt aus Versehen nein ich hab grad auf meine Waffe geguckt und dachte grad an Max Ammo deswegen wow oh die geht voll lockt die Remington gepuncht ja ja ich weiß das ist ja die beste Freischießwaffe die wir hier haben können jetzt Jan tun wir glitschen hehehehe Alter hehehehe hehehehe los bei dir hehehehe ey raus aus meiner Hut ich brauch 5000 Punkte Jan tun wir glitschen hehehehe ja warte hier stell dich da drauf und ich stell dich hier hin du hast schon beide Waffen gepuncht wa? ja ja und dann machen wir das da mal drückt hey was machen wir Jungs wie viele Waffen habt ihr gepuncht? eine Hallo? ich will den Sender nicht gucken puncht ihr die B23A nicht? bitte vielleicht dann erst haben wir noch Zeit der Fernse ist kaputt Jan jetzt darfst du neun zahlen war wohl RTL hallo bester Sender joa logisch ja viele von unsere Kinder hehehehe Fernsehen bildet meinen Mann Niko ach Kevin Jan ach ich komm jetzt mit den Armen durcheinander viel zu viel um euch zu merken oh stimmt ja ich will mir die Remington punchen ich will mir die Remington punchen ich will mir die Remington punchen wie das aussieht Jan Mooni Jungs ja warte ahh so stimmt Jan gleich Aros Aros Ich nehm' ja? Eeeeeeeeeee ja AStelle Am Arsch freischieß Waffe, Alter, bin du rot Jaja Du hast sofort aufm Kopfball am Ende eingesperrt bist, Alter Manchmal ist sie Insta, ich weiß nicht, wie das bestimmt wird Manchmal ist sie echt Insta, ich weiß nicht warum Das ist so ne 50-50 Chance, weißt du? Im Spiel wird eine virtuelle Münze geworfen Oh, ich kann sie punchen, ich kann sie punchen Fala Matsch Matsch Oh da Guck, die Kakerlake lebt immer noch hier Oh, wir kriegen Park, Jungs Ja, Mann Guck mal, Jan, die Kakerlake Guck mal, wo es kommt Es kommt zu uns Bitte Bitte Oh Mann, Alter, bin ich riskant hier Ich komme zu euch Was ist es? Kohler Speed Kohler Okay Hör ich Oh, fuck Kann ich in eurem Haus Zombies töten? Ja, ja, klar Hauptsache im Haus Ella, lass mich durch Wir sind ja eh gleich ausgerüstet Oh, fuck Ja, die ist voll nice, Mann, die Raming, Mann Die hätt ich mir mal zuerst punchen sollen Ich würd sterben Für das, was wir hier machen, ist die genau richtig Ego, ich bin wieder in unserem Hut In unserem Hut? In unserem Bordell? Hehehehe Oh Gott, scheiße, bin ich lustig Nice, Mann Mach ich nicht richtig mit der Raming, ne, Dennis? Ja, Mann Gott ist doch, was für ein Match Ja, sie doch, ich hab's gerade gemerkt, Ella Double Tap kam noch nicht zufällig irgendwo, ganz heimlich Nein, aber Double Points dann will ich überhaupt Ich brauch gleich Speedcola Knall ab, Dennis Ich hab Speedcola Speedcola gehört Okay, also Sorry Gehört Ah, geholt Oh, das heißt, er ist hinter mir, Alter Er hat noch normale Granaten, Alter Hä? Und sie leucht so bei euch da oben Ah, richtig gut Ah, meine Tast ist kaputt, Mann Ja, mein Kontroll ist kaputt Oh, ich kann nicht gezogen Meiner ist jetzt fast kaputt gegangen, weil ich Als wir das große Ding gespielt haben Das Weil für alle das Schlimme Der ist einmal geflogen, mein Alter Guck, du mal nach vorne, Niko Na, ich Also hier unten bei mir geht's, Dennis Ja, bei mir auch, bisschen Tag, Mann, die zu weit Wir stehen genau perfekt Oh mein Gott, die kommen zu weit auf einen, Spaß, Mann Alter Also ich steh genau bei der Treppe Ich hab nur zwei Seiten abzuriegeln Ja, und weil du da oben so stehst, wie du stehst, kommen sie bei mir nicht von vorne Alter Was denn? Nichts Bei mir sind grad Klärung und so Dank obwohl da kein Problem war Ammonie und Frage gestellt Warte 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 Ja, jetzt hab ich nichts mehr Kann ich? Ja 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 Was für eine Frage gestellt Welche Runde will die Abonnenten denken bekommen Na, in welchem Haus Nein Insgesamt Ja, ist klar Wir sind ja immer noch ein Team Ah, also Ah, schreibt's mal in die Kommentare, genau Schreibt's mal in die Kommentare Ja, schnell sogar Ja, ja Alter Ha, er sagt zum Gesterben Jetzt gehen wir alle drauf Das wär so lustig, dann müsst ihr natürlich doch Pause drücken Musstet ihr Pause drücken Gleich gar nicht mehr Speedgold au-land Ey, wenn Double Tap da wär, müsste ich mir das mal schnell holen Ich sag mal nicht Wir sind ja hier nicht Aufgekauft, Alter Sind ja hier nicht bei Alice im Wunderland, ne? Dann soll ich dich kurz zu Jack begleiten? Ähh Achtung Das hier gehört ja auch eigentlich alles mit zum Haus hier, ne? Ja, was? Na Gott, ich sehne mich dann durch Richtig chillig, ey Schauen wir mal kurz, stark Oh mein Gott, ich wohne so gefallen hier Boah Boah Jungs, wir kommen weit, denk ich Ja Also ich kann da unten in der Garage laufen im Notfall Ja, und ich kann hier oben bei mir laufen Wir brauchen immer noch nicht zu laufen Ego, ich gucke wieder nach vorne, guck, du mal da die Karnasche Alles klar Double Tap soll mal kommen Ich liebe diese Standard Pack-A-Pack-A-Punch-Tarnung, ne? Ich find die bei Mob of the Dead und so, find ich nicht so schön Ey, ich hasse die hässliche hier Also ich find sie nicht hässlich, aber sie hättens so, du weißt nicht, überall gleich machen sollen Richtig hässlich, die Tarnung, ich weiß nicht, was du hast Hast die hier, ja, ich fand die von Black Ops 1 natürlich am geilsten, ne? Und die World of War find ich auch noch ganz geil, aber Ja, ich fand die von Black Ops 1 am allergeilsten Boah, wie ich dich treffe, Mann Leht die eigentlich zwei Schuss nach? So wie das meistens bei Gepunchen ist Ne, nur eine Nur eine, mal Ja Naja, gönn uns Gönn uns Gönn uns Wann kommen die Perks immer? Ja, unterschiedlich Unterschiede, ich kann es gar nicht bestimmen wann die kommen also wissen wann die kommen Lass mal gleich den Song aktivieren Jungs Ne, dann müssen wir uns aufkaufen, das kannst du vergessen Wir können ja oben oder? 1-1-5 Wartet, ich glaube jetzt steht er auf 1 Ja, stopp ich renne mal eben hin und sag euch wie viele ihr töten müsst Super, du rennst hier weg und Tausende kommen zu mir oder was, ich bin tot Haha, okay, hab ich dich getötet? Noch nicht, jetzt bist du tot Jungs, wartet, wartet, nicht, 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 wartet, wartet Noch 6 Zombies Als ob das Song so wichtig ist Ja, ich find's wichtig Habt ihr 6 getötet? Ja, mach ich jetzt auch Ach, nicht Schießt Jannis Ja, mit was? Äh, ich muss töten Alter Ich werd drauf gehen Hast du schon wieder Gewinner? Nein, wie lange ich überlebt hab? Jannis ist schon wieder Gewinner Nico, passt auf, der kommt doch Oh man ey, wenn ich den Song aktivieren wollte Jan, komm her, komm her Komm rein Jan, dann können wir töten Naja, chill mal, ich mach keinen Song mehr, alles klar, ich find diesen Song so geil Jo, lasst uns sterben, Alter Ja, was soll ich denn machen? Merci, 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 zieh durch Boah, du bist der Beste, Mann Ich hing hier grad fest da an diesem, was auch immer das da war Puppe, Stuhl, was auch immer Da häng mich fest Alter, was da alles In der Garage kannst du laufen, in der Garage kannst du laufen, in der Garage kannst du laufen Hier, wiederbleiben Oh man, Alter, es tut mir so leid, Jannis, es tut mir so leid Es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid, ja, es tut mir so leid, Jungs wird nicht mehr vorkommen. Meine Schuld. Letzte, letzte. Und jetzt keine Songs mehr, Kevin. Keine Songs, Kevin. Ja, ist gut. Keine Songs, Kevin. Keine Songs, wegtig. Keine Songs. Keine Songs. Ist gut. Meine Schuld, sorry. Aber Kevin, keine Songs. Jungs, ich hab richtig lang überlebt. Ich hätt's sogar fast geschafft. Nee, da kamen noch 10 Stück. Dennis ist mein Zeuge. Nein, ich hätt's fast geschafft. Hätt ich noch schneller nachgeladen, hätt ich's geschafft, doch. Ich bin ja nur gestorben wegen Nachladen. Dennis, du hast damit Juggerdien holen können, ne? Ja, hab ich schon. Als musst du dich punktemäßig voll aufbauen. Hey, du Hureson, stopp. Schrei, wenn, wegen Atomombe, ne? Also alle, ihr könnt alle schreien, wegen Atomombe. Atomombe? Weg auf. Hau raus. Hau raus. Höh, schrei, aber keinem wird deine Hilfenschreie hören. Alter, ja, kam aber früh. Scheiße, Alter. Kam aber früh. Hey, ihr habt gar nicht gesagt. Fick dich. Hä? Dennis, haben die gesagt, sammeln Kevin, sammeln Sie bitte die Atomombe? Ne, ne, hab ich auch nicht gehört. Du hast gesagt, wir sollen Nuke schreien. Es lag, 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 es lag. Alles wieder cool, alles wieder cool. Alter. Denn es ist wegen mir gestorben, Alter, ich bin so scheiße. He's not just dead, brother, and he's coming for me. Ja, ich glaube, ich punche gleich die V23. Ja, punche ich auch gleich. Wenn ich treffe, Mann. Aber geh nicht einfach. Ja, ja, die Runde hat doch schon angefangen. Jan, hinter dir. Hab ihn. Sitt eng, sitt eng, sitt eng. Richtig eng, ja. Jan mag es eng. Richtig. Ja, ja. 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 Ja, das ist die Sachen für die Langsame Zombies. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine. Oh Gott. Alle down? Ich bin der Letzte. Du bist der Letzte? Ja. Komm bloß nicht zu uns hin. Jan, falls was, du weißt, ich bin vorhanden. Er wird sterben. Er wird sterben, Alter. Wenn man da wüsste, wie viel da kommen, da kommen ein paar. Ja, scheiße, wärst du nicht gestorben? Du blockst ihn, Dennis. Niko. Nicht töten. Nicht töten, ne? Draußen. Ich bin ganz nach hinten gekrabbelt. Wenn du jetzt kommst, klappt alles, Alter. Ich hab direkt M16 gepanscht. Schädelbärster, Digga. Er kommt sogar. Ja, Niko kommt. Das schaffst du. Niko kommt. Ich baller voll rein, Digga. Ach. Ich bin... Alter, es kommt so viele jetzt. Oh mein Gott. Ja, ja, ich lad nach, warte. Sie folgen euch. Warum folgen sie denn euch? Da liegt Insta. Paulim. Paulim. Wo liegt Insta? Nein! Ich hab alle getötet. Jungs, einer kommt noch. Unten liegt Insta. Insta. Ich bin draußen. Vor Peggy Punch. Ja, rette mal. Ja, warte, erst mal alle ab. Ich schieße, ich schieße die ab. Oh, mach da weg. Nein, ich kann nicht schießen. Nein, ich kann nicht schießen. Ich kann die Muni. Hier kann man so die Muni. Ja, du kriegst mich. Ja, ich hole mich. Ich hole dich. Alter, wie ist in diesem Haus abgeht, ey. Ey, ich bin der King, oder was? Alle geholt. Wenn ich mal das Geld für Jugger noch gehalten habe. Ja, ja. Ich bin King, ey. Ich liebe dich. Da, wer da rüber. Lieb dich nicht, du hast mich nicht gehalten. Dich schaffe ich immer nicht. Hey, wie soll er das noch packen, Mann? Ich brauch Muni, Jungs. Ich hab keine Muni. Heco, bist du wieder bei mir? Oh Gott, ich kann mir noch nicht mal Muni leisten. Du hast Claymore, Kevin. Da ist Muni draußen. Wo? Wenn man die Tür aufkauft. Mach. Da muss einer machen. Wo ist die? Dennis kann. Nee, kann. Genau, Dennis. Du hast genug Punkte, du Mist. Warte, ich renne. Nein, du tötest mich jetzt doch schon wieder. Ich darf hier draußen keine Zombies töten. Nicht ruhig. Oh Gott. Ja, wir werden sterben. Das war eigentlich nicht so geplant. Ja, nein. Ich werde noch mal der Exempel. Ja, toll. Ich darf draußen eigentlich gar nicht ansammeln und dann retten. Ah, ja, ja. Jan? Ja? Wo bin ich halt noch mal in einem Punch hochwochen? Weiß nicht. Das war dankbar mir gefährlich. Ach, komm, Alter. Das ist kacke, wenn man sich nur am Haus aufhalten muss, Mann. Oh Gott. Das ist gar keine Chance. Ich übernehme die. Jetzt habe ich gleich auch kein Geld mehr. Boah, was wie alles auf einem Tod aufbaut, Mann. Ah, ja. Ja, Niko, hol mal. Hol mal. Hol, hol, hol. Lauf hoch. Hol mich. Nein, er stirbt. Nein, nein, ich habe die Zombies. Was? Jungs, ich habe auch keinen Jogger, ne? Das ist klar, ne? Wartet. Zombie kommt, Zombie kommt, Zombie kommt. Nein. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Halt mich jetzt. Ja, geht schwer, wenn der Zombie blockt. Perk kommt. Und es kommen ganz viele Zombies jetzt hier rein. Ich gehe weg. Jan, lauf, Mann. Nicht eins, man da draußen, Jan. Ich habe fast Zombies getötet, Mann. Ja, ich gehe weg. Ihr müsst wieder in euer Haus, und ich bin hier am Arsch. Ja, ich gehe in mein Haus rein. Ja. Ich bin in mein Haus drin. Das kam oben bei mir. Quick-Revive. Ne, doch nicht. Neben meinem Haus. Jan. Was? Quick-Revive kam? Nein. Nein. Ich tipp auf den Köper. Double-Tap? Ich brauche Geld für Jugger, Jungs. Ich muss gleich ganz schnell vorbei hier mit dem Back-Tick. Da kamen die Zombies rein. Kam Double-Tap? Ich hole mir Double-Tap. Ihr seid alle voll blöd, Alter. Ihr lasst mich schon mal sterben, Mann. Hä, wir haben es versucht, Digga. Hast du es nicht gesehen, dass ich es versucht habe? Nico hat es geschafft, aber der hat nicht durchgezogen. Hä, wie durchgezogen? Ich habe gedrückt und es ging nicht. Schlechtes rausreden, Nico. Nein, im Ernst jetzt. Also, ich habe X gedrückt und da ging nichts. Was machst du? Oh mein Gott, Nico. Nico. Ah, fuck. Nico, was machst du denn hier oben bei mir? Nachricht ja durch, beide. Ich bin hier bei dir im Haus. Du warst doch gerade bei mir. Nico. Warte ich mir noch mal bei Jan. Jan, halt. Hä, warum rennst du denn hier von Haus zu Haus, Digga? Hä, ich wollte mir das Perk holen. Dann ist Jan gestorben, wollte ich den heilen. Dann bin ich rausgesprungen. Dann warst du tot. Komm, Kevin, schaffst du. Schafft er auch. Ah, Hausschwelle, Türschwelle. Merci. Ciao. Lass mich durch! Lass mich durch, sagt er. Ich kann mir nicht erinnern. Oh, wie das auch rausgewünscht ist, Alter. Nein, nein. Das war's, das war's. Boah, Alter, was für ein Chaos. Oh mein Gott. Ich bin trotzdem King. Elf Chaos hat der weckt, Digga, Alter. Fuck's nicht. Ja, der Jan ist der King einfach. Wahnsinn. Ja, wir hätten nicht mit diesen rumlaufen sollen oder so. Oder alle in einem Haus. Nee, wir hätten überhaupt gar keinen Song aktivieren sollen. Von da an ging's bergab. Wir haben gar keinen aktiviert. Ich spiele eigentlich, hat er umgeändert. Aktualisieren. Ja, bei mir auch. Oh Mann. Hey, Jungs, wir haben doch gar keinen aktiviert. Wir hätten nicht vorhaben sollen, einen zu aktivieren. Du? Wer wäre es vorhaben sollen? Naja, ich denke mal, wenn wir alle in einem Haus gewesen wären, wäre es besser gewesen. Nee, dann wären wir auch gestorben. Weil du den Song aktivieren wolltest. Nein, nein, das wäre besser gewesen. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Eben, das würde ich jetzt Tag und Nacht quälen. Ja, wirt mich auch, Alter. Ich komme mir gar nicht klar. Das macht mich so fertig. Ich denke, das interessiert mich, Alter. Immer, wenn du den Song hörst, denke ich jetzt so, scheiße, ich habe dafür meine Kollegen. Was für die Runde waren wir denn jetzt, Jungs? 16. 16. Jo, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Das ist ein sehr coole Challenge von dem Doraul XD. Richtig cool. Wie gesagt, gerne mal öfter so etwas reinschreiben in die Kommentare. Mach Vorschläge, wir gucken uns das dann an. Jo, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Erfolg beim Zombieskillen und... Out. Jo. Out. 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 Wichtiges Video ist auch wunderbar. Seht doch, der ist Subscrib to his Channel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017